So Freunde, jetzt ziehen wir mal die Geheimkarte, Henning, ich will mich rüber. Denn jetzt möchten wir mal sehen, was Schkeuditz an Emotionen aufgebaut hat nach drei Tagen Stadtfest. Wir haben gesehen, tolle Kollegen haben hier gespielt, das heißt, eigentlich müsste es immer euch brodeln, die Emotionen müssten euch schon bis zum Hals stehen. Wenn wir jetzt an so einem Sturdy Dancing spielen, dann müssten wir die Rentsch brennen. Wie sieht's aus? Da erinnern sich die Zeiten, also wenn die Rentsch brennt, sieht das anders aus. Geht's euch gut? Seid ihr gut drauf? Wir spielen jetzt einfach mal den Song, es ist ein Song, auf den ich mich ganz besonders freue, das heißt, für mich ist der Abend an der Stelle gelaufen, wenn der durch ist. Einer meiner großen Idole heißt Solomon Burke und sein Song heißt Cry to Me. Geheimkarte auf den Spangenen im Musik 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 Musik